Lili-Li-Li-Li-Li-Time, meine Freunde. Ja, jetzt müssen wir die Kamera drehen. Kleinen Moment. Das, äh... Lied-Time, meine Freunde. Oh, für manuellen Modus die Autotaste drücken. Alles klar, hab ich, ja, hoffen wir mal, dass es klappt. Ich teste gerade die Kamera, die ich heute aus der Redaktion geklaut hab. Hier ist auch ein Licht. Wenn ich drauf drücke, bin ich dunkel. So bin ich hell. Dunkel? Hell? Ja. Äh, Commander Wilkie ist gerade nicht da. Aber, äh, ich bin heute Abend bei ihm. Wir hatten gestern die Weihnachtsfeier, da hab ich die Kamera geklaut. Hoffentlich sieht es keiner. Und, ähm, ja, heute dann, äh, ja, Abrissparty beim Wilkie. Äh, 20 Uhr. Deshalb, äh, jetzt gerade 16.25 Uhr. Äh, aufgestanden. Ja, so ist es im Leben, ja, eines Online-Gottes. Da steht man mal um 16.25 Uhr auf. Dann schauen wir mal kurz, was die Seite so zu bieten hat. Ah, kleiner Moment. Alleine ist es nicht so einfach, ja. Ja, hier übrigens, äh, ist es momentan, äh... In Fürth sind 16 Grad minus. Ja, ist recht kalt. Deswegen hab ich auch nur eine Boxer-Schatz an. Gucken wir mal kurz aufs Fenster. Ich wohne im fünften Stock. Kleinen Moment. Ja, jetzt muss ich den Monitor drehen. Ja. Hier, man sieht nichts, wie man sieht. Ich, 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 geh mal ein Stück zurück. Äh, ja. Fenster, Fenster, Schnee. Da draußen kann man ein bisschen was erkennen. So, ja, zumindest hier. Äh, Pits Action Day. Pits Action Day, was haben wir da? Großartig, mal gucken. Äh, b-b-b-b-b-b. Heute, wir haben, oh, oh, der ist mir gerade was aufgefallen. Wir haben quasi nur neu dieses tolle Video. Äh, unbedingt auszuchecken. Ich glaub, das Ding hier setz ich auch nur auf YouTube. Wenn's einer von euch findet, dann findet man's halt. Ich hab ja aus Versehen gerade eine Test-News online gestellt. Vielleicht sollte ich die auch wieder offline stellen. Ja, Robert AG fragt schon. Test? Ja, Test. Aus Versehen. Was hab ich denn da? Achso, ja. Das wird... Test, 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 Test. Ja, so sieht's aus im Freudenhaus. Äh, muss ich offline nehmen, meine Freunde. Äh, ja, wie dem auch sei, das war's schon wieder hier aus meiner Wohnung. Demnächst werden richtige Lead-Times folgen, dann werd ich auch vorbereitet sein. Und jetzt geh ich mich erstmal duschen und auschecken, dass ich den Commander Wilkie heute mit, äh, ja, Abrissparty beim Wilkie. Kamera, nehm ich mit, meine Freunde. Ganz sicher, ne? Tschüss! Oh, jetzt muss ich hier den Knopf finden, hinten. Einen kleinen Moment. Und... ... ... ... ... ... ...